So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitsch. Wir stehen wieder hier beim Restaurant Hibu Haus, denn es ist Montag und das heißt, es ist wieder Sap-Tag. Aber heute was ganz Spezielles, ihr seht schon die Sap-Jagge. Das ist eigentlich eher als Running Gag gedacht, denn eigentlich sind es 1000 Grad. Ich habe aber trotzdem die Sap-Jagge an, einfach weil es Sap gibt. Hier seht ihr Salami, Schinken, Thun, Fisch, Veggie. Das hatten wir beim letzten Mal. Heute gibt es also ein Truthahn-Sap und das ist auch das letzte von den kalten Saps. Dann geht es ab nächster Woche mit Döner-Sap, Schnitzel-Sap, Hähnchen-Sap und Backfisch-Sap weiter. Und das ist auf jeden Fall mein Favorit bis jetzt, so vom Namen her und vom Gedanken. Noch ein was und zwar, heute ist Pfingstmontag, glaube ich. Das heißt, heute gilden die Angebote nicht. Wir wollen aber nicht schmarotzen, wir nehmen trotzdem natürlich zwei große. Also die Mama, die nimmt einen Thunfisch und ich muss halt mit Truthahn weitermachen. Denn nur weil Feiertag ist und die Angebote nicht gelten, heißt das ja nicht, dass man aussetzt und ein Sparfuchs ist. Wir sind ja Gönner, deswegen nehmen wir trotzdem zwei große, ganz traditionell, egal ob Feiertag oder nicht. Das Video seht ihr aber nicht am Pfingstmontag, sondern erst den Montag darauf, weil ich letzten Montag ja keins hochladen konnte durch die Sperre. Und deswegen habt ihr das Veggie-Sap am Pfingstmontag gesehen, obwohl das Veggie-Sap eine Woche vor dem Montag war. So habe ich wenigstens jetzt Zeit, kann das in Ruhe essen, kann das ganz entspannt immer für die Woche darauf vorbereiten. Jetzt aber nicht viel labern, sondern warten bis das Truthahn-Sap kommt. Bin ich mal gespannt, es gibt ja Hähnchen-Sap und Truthahn-Sap. Hähnchen jetzt aber wahrscheinlich mit diesen Hähnchenstreifen, diese dicken, die man auch warm machen kann. Und Truthahn vielleicht einfach mit dieser Truthahn-Brust, Puten-Brust, Puten-Truthahn, irgendwie sind die verwandt oder so. Gucken wir uns also gleich an, wie das schmeckt, denn ich habe heute noch nichts gegessen. Also bis gleich beim Truthahn-Sap. So, da haben wir ja den Beutel. Und jetzt seht ihr, es wird immer windiger, die Haare fliegen rum. Wir müssen ihn jetzt mal hier oben aufreißen. Die Mama will sich nämlich noch Eis mitnehmen. Zwei Kugeln. Ich glaube, zwei Kugeln für sie, zwei Kugeln für mich. Ich konnte gar nicht gucken, was sie haben. Letztens wollte ich Erdbeer, gab es nicht, konnte man keine Erdbeer nehmen. Und ich habe gesagt, nimm einfach zwei Stück irgendwas. Ich lasse mich überraschen. Jetzt muss ich aber mal schauen. Und das eine müsste nämlich Thunfisch sein und das andere Truthahn. Da steht eine 38 drauf. Hier steht nichts drauf. Die sind aber ungefähr gleich groß. Ne, hier steht auch 38 drauf. Jetzt check ich das nicht mehr. 38 und 40 Thunfisch kam. Wir haben eher, also müsste die 38 Thunfisch sein. Dann kann ich das jetzt wieder reinpacken. Dann müsste hier auch eine 40 draufstehen. So ein Gemüle. Ja. 40. Wir können auch gleich mal die Nummern auswendig lernen, falls ihr mal hier essen wollt. So, das sieht gut aus. Das tue ich aber auch rein. Ich brauche ja nur eins zum Testen. Eins reicht ja, wenn wir eins aufmachen. Einmal die 40. Einmal mit Ruthahn. Jetzt schauen wir mal kurz da rein. Wie gesagt, das Thunfisch war beim letzten Mal ein bisschen ölig. Aber die Mutter isst ja gerne Thunfisch. Deswegen mal schauen, wie sie das findet. Ob ihr das schmeckt. Also geschmacklich war es trotzdem Bombe. Aber wenn ihr da komplett alles auf einmal isst, ist es vielleicht ein bisschen too much. Ich weiß nicht, ob man das noch ein bisschen abgießen kann oder irgendwie. Wir haben das jetzt hier stehen. Da ist auch irgendwelche Soße drauf. Sieht wieder aus wie so Sweet Chili Soße oder süß-saure Soße. Ihr könnt das hier einmal aufklappen. Ihr seht, alles mit Salat. Da ist das Truthahn-Fleisch drauf. Ihr habt hier Tomaten. Ihr habt hier wieder Gürkchen drin. Das sind auch Zwiebelchen drauf. Das sieht auf jeden Fall wieder sehr frisch aus und sehr lecker. Da ist auch noch so weiße Soße mit dabei. Wir stellen das jetzt wieder hier hin. Wir wollen da jetzt einfach mal genüsslich reinbeißen und gucken, auf welchem Platz das Truthahn ist. Nach dem letzten, nach dem Veggie, habe ich sogar gesagt, dass das Veggie, glaube ich, bisher sogar am besten mit war, da das eben so leicht war. Das war so leicht. Ich hätte da einfach zehn Stück essen können. Gerade durch dieses Veggie-Pattie mit Gemüse. Diese Gemüse-Frikadelle, die da drin war. Schinken fand ich auch noch richtig gut. Ansonsten habe ich ganz vergessen, was es gab. Salami war halt übelst trocken. Aber mittlerweile gibt es das ja alles in diesen Brötchen, in diesen Broten. Also das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Salami holt, sieht das auch so aus. Das ist nicht mehr so. Das ist jetzt so. Deswegen irgendwann müssen wir nochmal Salami testen. Das ist das letzte Kalte. Ab nächste Woche gibt es dann also die warmen Schinken. Ach, Schinken. Schnitzel, Döner, Backfisch und Hähnchen. Und das jetzt Truthahn. Wir beißen jetzt mal rein. Irgendwo, wo viel Soße ist und viel Truthahn dabei. Das Brot ist einfach richtig gut gewählt mittlerweile. Da kann man nicht meckern, wenn man bedenkt. Am Anfang war das so ein richtig fettes, dickes Baguette. Das war außen total knusprig, was ja eigentlich gut ist, aber dadurch auch irgendwie so Knüppel hat. Und dann war das so ultra trocken, weil das so fett einfach nur dieses ganze Weizenzeug war. Hier, das ist klein und kompakt, wie man sieht. Das ist an jeder Seite genau gleich dick. Hat insgesamt trotzdem eine leicht süßliche Note. Sicherlich durch die Soße bedingt. Mir fehlt ein bisschen Schärfe. Der Bino, wenn er sonst da war, hat natürlich immer noch Jalapenos drauf. Hier sind ein paar Zwiebeln drauf. Aber so ein paar Jalapenos hätten dem Ganzen hier auch noch gut getan. Trotzdem kann man essen. Ist nicht so aufdringlich, ist nicht ölig, ist nicht fettig. Also Truthahn passt auf jeden Fall auch. Was will ich sagen, das werde ich jetzt essen. Das andere werde ich dann zum Abendbrot essen. Immer noch super Sache, dass ihr da zwei so dicke Biester bekommt. Heute halt nicht im Angebot, wegen Feiertag. Aber normalerweise also 3,50 Euro für zwei solche Teile. Feiere ich auf jeden Fall. Selbst heute, wenn man 6 Euro, 7 Euro bezahlt, geht das immer noch. Sind die Preise ungefähr dann wie beim Sub. Wenn ihr beim Sub, wenn ihr euch so ein Sandwich geholt habt, habt ihr auch meistens so über 7 Euro bezahlt. Ich beiß jetzt noch einmal rein, dann war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.